hallo leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen folge von lcpt fr heute habe ich mir gedacht wir machen mal ein bisschen was langweiliges und stellen uns mal die ganze zeit hier zu den ecken rein und werden ein paar leute blitzen und zwar mit der dashcam und ja fangen wir mal gleich mal an und fangen mal hier mal raus müssen wir mal schauen wo wir uns am besten hinstellen und zuerst mache ich über eine kleine kontrolle bockt mich gerade einfach das auto zu kontrollieren und die lasse ich lieber weiterfahren die hat doch nichts gemacht einfach mal angehalten so just for fun ich glaube nicht dass die irgendwas verbrochen hat ok da möchte ich mich jetzt nicht anstellen da fahr ich jetzt mal durch willst du meck ist ich das hasse wenn irgendwo rotes hingeht ja blinke ich mal ein deutscher was soll das was ist grün dass er das besser aufpassen von mir immer durch die stadt erwarte war da was sieht mir ganz nach dem deal aus oder kontrollieren wir den mal die nach hinten er sieht mir ja nach dem deal aus ist der typ da vorn uiuiui der sieht aber schön gefährlich aus ok oh ja ja alter jetzt sind die waffe ach du scheiße so eine pussy ey einmal draufhauen und er ist tot oder was soll ich jetzt hier jemanden rufen oder oh ne warte er steht wieder auf ey ich hatte sowas von recht ich gehe zu dem typen hin und schon schon liegt er da und ist tot naja nicht tot oder was alter man erkennt die dealer ist das echt krass ja nicht hin ist denn noch einer so weil das könnte ja theoretisch sein dass der jetzt hingekommen ist sagen wir mal so und dem jetzt was dealen wollte eigentlich wollte ich doch nur eine raderfalle aufstellen aber er macht man das mal jetzt am boden liegt ok der ist clean zusammen von mama hier mal weg mit der kontrolliert hier nur was ich dachte zuerst der flächende dealer hier ja lasst mich bitte raus sonst fahre ich hier mit blaulicht durch hey juliansblock wie gehts wie die npcs hier sagen ok dann gehen wir mit dama also da hinten ist ein verbrechen da muss ich hinfahren da kann ich jetzt anders ok da ist jetzt schon gefasst gute können wir jetzt weiterfahren ok tschuldigung muss hier nach hinten weil die muss ich hier schön strafzettel drauf klatschen so in service warum hat der die warmblinkanlage an oder bin ich dem reingefahren oder alter heute sind drogendealer unterwegs das ist ja echt nicht mehr normal ok der strafzettel falsch parken ja die haben glück gehabt dass ich jetzt keine zeit habe und dorthin muss und der strafel verkehr ist da los ok da vorne ist es hier gleich wie eine drogenbande ok schnapp ich mir dankeschön danke fürs aufhalten da hat er wieder eine waffe oder was jetzt weigert er sich meine güte jetzt bleib mal stehen du horst ich wollte heute eigentlich nur radar ok das zweite mal dass die den alle umfahren ist echt lustig so jetzt bleib mal stehen du opfer ok polizei ist da vorne eigentlich ne nehme ich nicht mit ah da kommt schon transporter gut 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 gemacht so alter nicht ist das hier ein toter punkt oder was oder warum überfahren die da alle ich würde mal sagen ich stelle mich da bald mal irgendwo hin das dürfte ich jetzt eigentlich nicht aber egal ja polizist schaff ja alles ich habe grün da ist 30er zone ich raste durch möchte mich da irgendwo hinstellen ich stelle mich einfach dahin in das auto mitschen passen ups so alt und er glaube ich ja das ist ähm 30er zone na 10 kamera zu viel wer ist hier ach ich warte hier einfach mal ich warte hier einfach mal ein bisschen gechillt bis da jemand vorbeifährt ach das ist langweilig ok der einzige jetzt wirklich mal 30 durchgefahren ist aber sowas von 30 ist echt langweilig hier der beruf als polizist stehen mit dem auto und ja dann warten wir hier einfach mal ein bisschen 3.39 das reicht ok ich stelle mich drüber hier vorne damit mich da jetzt jemand anfährt oder mich anhubt gut ups so speeding schauen wir uns mal die an die gehen wir jetzt nicht am computer ansehen und jetzt geben wir dem eine strafe von sagen wir mal 60 dollar das ist angemessen ja das polizei auto wohl etwas zu spät gesehen jetzt fährt er mir auch noch rein na sei froh sei froh dass ich jetzt nicht umgedreht bin und fahre ich einfach mal durch so doch ich baue hey was willst du wir hier mal blitzen hier ist unter der mauer versteckt ein bissl taxifahrer die fahre langsam ist hier eine ampel oder kreuzung ist hier sonst verschiebe ich das ja einfach mal so ein bisschen nach hinten ein bisschen unrealistisch nach hinten verschieben kein problem ich glaube hier kommt irgendwie kein auto hat sich das jetzt schon im radio umgesprochen dass ich hier stehe oder was naja hier kommt jemand da kommt jemand egal minivan kontrolliere ich immer gern auch fährt doch ein bisschen zu schnell aber den kontrolliere ich mal er hat jetzt auch trotzdem dinge niedergefahren dass ich ihm gleich mal eintrage ich glaube irgendwie der fährt weg oder nee so du musst so ist sechs mit sich in führerschein ist mir sowas von scheißegal du gibst mir jetzt einfach mal die 100 dollar für das dass du die straßenlaterne umgefahren hast eine 30er zone der straßenlaterne umfahren meine güte am liebsten muss ich hier umdrehen ich kann so nicht stehen bleiben du penner jetzt stehst du denn damit die nieder kann ich jetzt nicht mehr vorbei weißt du was ich gleich hier anfall das ist ein horst naja da geht schon zur sache müsste es hier ein bisschen weiter rüberschieben glaube ich ähm meine radarfalle ist gerade irgendwo naja egal dann gehe ich jetzt lieber nichts überprüfen weil ich mal hier noch einen einsatz das ist jetzt heute eine chillige aufnahme aber dich hole ich mir du nee lieber nicht abbrechen ja mache ich jetzt noch die in einen einsatz entschuldigung okay was ist das möglich bin auch ganz normal da vorbeigefahren muss wieder fahren lernen haben es schon verlernt in gta soviel gta 5 gezockt ist die physik ganz anders der flughafe einfach mal da mal hin wo will mich der typ hinleiten das war ich da gleich nämlich hier links ähm okay wo muss ich hin ach da rein da ist jemand da drin seit wann sind hier Leute drin ach du scheiße ach du scheiße voll Corona erwartet nein ich will nicht lock out ach du scheiße so Headshot ups sitzt die gerade naja egal für ein bisschen Spaß gehabt so nach dem einsatz würde ich jetzt sagen das war's für heute und viel Spaß bis zum nächsten Mal mit LCPTFR ich verabschiede mich jetzt und tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal